Ein wichtiger Glaubenssatz ist die Vorstellung, dass du da mal dran denken musst, alles, was in deinem Leben passiert, ist ein Geschenk. Und manche davon, die sind einfach nur schlecht verpackt. Und wenn du diese Geschenke aber haben möchtest, du kannst teilweise es nicht erwarten, diese Geschenke auszupacken. Dann musst du auch eine gewisse Bereitschaft signalisieren, eine Befähigung, all das, was wichtig ist. Fleiß, Ausdauer, Stärke. Und wenn du diese Punkte erfüllst, dann schaffst du es auch irgendwann mal, diese gut verpackten Geschenke zu bekommen. Und andererseits darfst du sie auspacken. So ist es im ganzen Leben. Viele geben sich aber mit diesen schlecht verpackten Geschenken zufrieden, weil sie entweder nicht bereit sind, da was für zu machen, oder weil sie den einfachen Weg suchen. Und das ist wirklich dieses Zwiegelspaltene, wo du dir dann im Klaren darüber sein musst, was möchtest du überhaupt. Und erst dann, wenn du soweit bist, dass du das verstanden hast, dann kriegst du genau das, was du haben möchtest. Aber du musst bereit sein. Du musst für alles, was du morgen, die kommende Woche, das kommende Jahr machst, da musst du wirklich 100% bereit sein. Und erst dann schaffst du das. Setz das um, denke daran und bis dann. Und dann, wenn du das,